Herzlich willkommen beim Wetter für drei für unsere drei Bundesländer. Der Tag begann heute richtig schön mit einem fantastischen Morgenrot, zum Beispiel hier in Dresden. Wirklich schöne Farben konnte man sehen und außergewöhnlichen Temperaturen. Zum Teil gab es eine tropische Nacht, das heißt die Tiefstemperaturen lagen über der 20 Grad Marke, so zum Beispiel in Kubschitz im Kreis Bautzen oder auch in Zwickau. In Leipzig, Connewitz, Lichten, Tannen, Nossen oder Witz knapp 20 Grad. Und kühlster Ort heute Morgen, Marienberg, Kühnheide mit 9 Grad. Das ist für so einen Hochteil relativ mild. Normal wären übrigens insgesamt Temperaturen um die 13 Grad jetzt im August. Davon waren wir wirklich weit entfernt. Schlecht zum Schlafen und Durchlüften des Schlafzimmers, gut um lange draußen zu sitzen, aber die Wetterlage ändert sich allmählich. Auch heute Nachmittag kam er nochmal ordentlich ins Schwitzen. Die Temperaturen gingen in den hochsommerlichen Bereich Freital mit 28 Grad. Elstra mit 29 Grad, Torgau 28 Grad, Apolda noch 27 Grad. Auch das ist ein kleines bisschen zu warm für die Jahreszeit. Normal wären jetzt in tieferen Lagen so Werte um die 23, 24 Grad. Aber wie gesagt, die Wetterlage stellt sich um. Davon merkte man heute noch nichts. Da gab es insgesamt einen Sonne-Wolken-Mix, obwohl wir unter Tiefdruckeinfluss liegen. Das Barometer zeigte eher schlechtes Wetter an, aber die Regenwolken lagen südlich von uns und wir hatten wirklich meist einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Auch morgen werden wir noch unter Tiefdruckeinfluss vom Fritz liegen. Eine Front in unserer Nähe. Dieses Hoch wird sich wahrscheinlich erst zum Montag bei uns einnisten und auch nicht wirklich lang halten. Aber morgen wird allmählich die Strömung von Südwest auf West und Nordwest drehen. Somit gehen die Temperaturen ein bisschen zurück. Wem das Ganze also im Moment zu warm ist, der kann mal durchatmen. Morgen wirklich auch nur einzelne Schauer, ansonsten der Regen wieder im Süden. Und bis Montag dann eher viel Sonnenschein, wenige wolkenfreundliches und ruhiges Wetter mal in Mitteldeutschland, was man ja in diesem Sommer nicht allzu oft hat. Aber wie gesagt, die Temperaturen, die gehen erst einmal ein bisschen zurück am Wochenende nur so 22, 23 Grad. Anfang nächster Woche dann nochmal hoch. Und da sind sich auch die Wettermodelle eigentlich zum Wochenende drauf. Wahrscheinlich wirklich ein bisschen Abkühlung, nur Werte um die 20 Grad. Allerdings ist der Sommer noch nicht vorbei. Danach kann noch eine ganze Menge passieren. Die kommende Nacht wird auf jeden Fall schon ein kleines bisschen kühler als die letzte. Die Temperaturen gehen meist auf 16 bis 13 Grad zurück. In Sachsen und in Thüringen sowie in Tschechien und Brandenburg sieht man häufig die Sterne. Ansonsten sind auch mal ein paar Wolken unterwegs. Insgesamt wird es trocken sein. Morgen dann das Wetter vor allem nach Osten hin freundlich hier so sechs bis neun Sonnenstunden. Ansonsten sind es meist so drei bis vier Sonnenstunden, aber die Sonne kommt mit heraus. Im Laufe des Nachmittags sind vor allem in Niedersachsen, in Hessen, aber auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Abend hin vereinzelt auch im Leipziger Land kurze Schauer möglich. Es muss wie noch nicht jeden erwischen, aber hier kann es mal kurz nass werden. Das Ganze morgen bei Temperaturen von 21 bis 25 Grad im Bergland um die 17 Grad. Der Sonntag dann ein kleines bisschen kühler, aber ein kleines bisschen freundlicher. Kein Schauerrisiko, mehr für alle wird es trocken sein. Es wird eine ganze Menge Sonnenschein in Mitteldeutschland und auch unseren Nachbarbundesländern geben. Das Ganze aber dann nur noch bei Temperaturen von 16 bis 23 Grad. Das war's von mir, hier geht's weiter mit Brisant. Wir sehen uns später wieder. Tschüss.